Hallo, hier ist Christoph von TabTech.de und das ist dein erstes Preview des Samsung Pop-Up. Ein richtig geniales Gerät hier, nicht nur weil es eine richtig coole Farbe hat, ein bisschen anders, wie die eleganteren Geräte hier, die man immer sieht. Geniales Gerät deswegen, wir sehen hier hinten bei diesem Stand, da ist auch direkt der USB- oder sogar USB 3.0-Anschluss, Micro HDMI und LAN-Adapter integriert. Genial, hier hat er auf dem Schenk großes Display. Trotzdem ist das Ganze sehr, sehr flach, das heißt, es wird hier ein Intel-Atom-basiertes Gerät sein und mit diesem neuen Curvertrail. Ja, auf jeden Fall hier sehr schön und wir hoffen, dass wir das Gerät dann auch bald am Markt sehen, denn das sieht auch sehr vielversprechend aus und hoffentlich wird das dann halt nicht zu teuer sein.